Wimi-Kontakt, Klasse 48, Jung bis 12 Jahren, plus 50 Kilo, Mattenfläche 5. Jetzt gehen wir ihn wieder zwischen den Mattenflächen, bitte setzt beim Kilo. Liebe Schwarzwurter aus dem Punktfighting-Bereich, bringt euch ein bei den Kampfrichterleistungen. Ich lasse keine Schwarzwurter-Klasse starten, bevor ich noch eine Juniorenklasse auf dem Feld habe. Das ist ein Versprechen an euch. Ihr habt genügend Zeit, um euch warm zu machen. Die Schwarzwurter bringt euch ein als Kampfrichter und mein Versprechen an euch ist, dass ihr genügend Zeit habt, euch warm zu machen. Ich lasse auch keinen Schwarzwurter-Klasse eher starten, so lange noch Junioren auf dem Feld sind. Ich lasse auch nicht. Vielen Dank.